Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play King Kong! Heute am 29.05. ein Tag später. Ja, ich bin auch dabei, meinen Puffer ein bisschen aufzumauen, weil ich befürchtet, also die nächste Woche zumindest, das könnt ihr sehr knapp mit aufnehmen werden. Also, da kann ich schon mal sagen, dann werden einfach mal geschlagene sieben Tage, an denen ich nicht aufnehmen kann. Das sind schon mal 14 Barts weg, ne? Ist zwar immer noch Coercion Advocat, aber ich weiß nicht, was darauf die folgenden Wochen so mit sich bringen, ne? Beruflich und so. Und, äh, deswegen, ne? Ganz viel aufnehmen, damit ich dann auch ganz viel Puffer hab. Ja, ich hab ja eh mal überlegt, ob ich das vielleicht so machen soll, äh, wie ich das mal früher getan hab, aber da will ich dann wahrscheinlich nochmal ein separates Video zu machen. Hab ich schon ein paar Mal gestellt, die Frage, aber es sind natürlich ein paar neue Zuschauer auch dazugekommen, ein paar alte sind weg, ähm, ob ich dann quasi immer eine komplette Aufnahme hochladen soll, wie ich es damals bei Spyro 3 gemacht hab. Kann dann sein, dass dann mal vielleicht 5 bis 10 Tage keine Videos kommen. Kann aber auch sein, dass ihr dann innerhalb von 3 Tagen 40 Videos habt. Okay, so extrem wird's nicht sein. Ähm, aber dann habt ihr auf jeden Fall dann immer was zu gucken, wenn ich dann fertig bin. Und es ist auch live, das ist halt der Vorteil, den ich sehe. Aber egal. Ja, warum sind wir jetzt hier auch noch im Hauptmenü? Weil, mir ist jetzt nämlich der Punkt Bonus aufgefallen. Passt um. 21% Spielvortritt ist jetzt nicht so viel. Ich hab ja eigentlich mit mehr gerechnet, weil so kurz scheint es dann tatsächlich... Online-Code 1? What? Okay. Alles klar. Gesamtpunktzahl 0, was auch immer das bedeutet. Also scheinbar bin ich nicht so gut bisher. Dann haben wir hier noch irgendwie so einen Internet-Code. Könnt ihr gerne mal eingeben. Ich weiß noch nicht wo. Ich hab wirklich gar keine Peilung. Ich möchte hier einfach hier... Info. Besuchen Sie... Ah, okay. Hier könnt ihr sie gerne eingeben. Besuchen Sie www.kingcongengame.com, um den Online-Code zu erhalten, mit dem Sie diesen Bonus freischalten können. Ah ja. Was ist, wenn ich jetzt Code eingeben drücke? Ach so, fick dich. Ah, ich muss den Code im Internet eingeben und dann bekäme ich nochmal einen Code? Äh, das ist ja... Das ist ja richtig billig von denen. Tut mir leid, aber ich meine, hallo. Die wollen nur, dass wir die Seite besuchen. Und so viel gibt's hier gar nicht. Was sind denn die Punkte? Das verstehe ich nicht. 100% der Spiels und 52.000 Punkte. Kein Plan. Wahrscheinlich gibt's ja noch einen Arcade-Mode oder sowas in der Art. Könnt ich mir vorstellen. Wo man dann die Punkte holen kann. Aber keine Ahnung. So, erstmal spielen wir weiter. 21%, wie gesagt. Ein Fünftel haben wir jetzt ungefähr rum. Wie gesagt, ich hätte mit mehr gerechnet. Wir haben auch schon... Wir haben auch schon... Einige Kapitel haben wir schon hinter uns. Oh, es sind halt sehr, sehr viele, sehr, sehr kurze Kapitel. Das kann natürlich sein. Oh, ja. Komm ich nochmal ans Ende? Alter, okay. Es sind echt viele Kapitel. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Aber ist eigentlich schlimm. Ähm, also mir gefällt das Spiel ja, wie gesagt. Ähm, ist dann halt nur nicht so kurz wie die Leute, die es jetzt... Wow. Den es jetzt nicht so viel gefällt, ist natürlich schade. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon gesehen. Ja, genau. Okay, aber ich muss mir jetzt mal hochrechnen. Okay, wir haben noch unsere Knarre. Das ist sehr gut. Wie funktioniert das Spiel nochmal? Moment. Äh? Alles klar. Und so, genau. Alles klar. Gut. Mehr brauche ich hier nicht zu wissen. So. Das Schöne ist, draußen ist es jetzt dunkel. Wir haben schon einigermaßen spät. Also relativ. Halb acht haben wir jetzt. Auf jeden Fall ist es nicht unbedingt Sonnenschein-Uhrzeit. Außer Hochsommer. Oh ja. Gib her. Ich will alles bitte haben. Jetzt wird es später noch nicht weg. Nimm ihn wieder mit. Danke. Oh nein. Äh. Lass uns mal ranpirschen. Ganz leise. Ganz leise. Nein. Zack. Boah, bist du scheiße. Du bist so schlecht, ne? Oh, ich hab eindeutig auf ihn gezielt. Na, holen wir uns zunächst. Achso, guck mal. Wir können uns ja hier einen Köder schnappen. Ja, hervorragend. Dann machen wir das doch. Zack. So, schaut, was ich für euch habe. Dahinten. Ja, toll. Da war ein Fels im Weg. Geht ihr dahinten? Können wir das an den Weißen? Ja, perfekt. Ja, scheiße. Sackgasse. Ähm. Okay, machen wir gleich nochmal. Aber noch dahinten. Alter. Komm. Ey, du bitte auch dahinten. Uuuuh. Scheiße. Ich züge schon mal bei die Knarre. Äh. Nein, da hat es dich nicht so wirklich interessiert. Ah, hier, mal ein paar Fischis. Ey. Wie viel bin ich hier. Warum, warum wollt ihr ihn nicht haben? Oh. Ich wollte schon sagen. Oh mein Gott. Es sind eindeutig zu viele. Es sind eindeutig zu... Scheiße. Jetzt sind sie wahrscheinlich alle wach geworden. Es sind richtig viele. Ach du heilige Fresse. Heilige Fresse? Heilige Scheiße. Äh, okay. Ja, noch lebe ich auch. Ja, ich habe auch hier ein paar Verfolger. So ist das nicht, ne? Also bildet ihr darauf nichts ein. Äh, okay. Was geht denn hier ab? Äh. Ach so. Okay, gut. Ich darf nur nicht die Frau treffen, wahrscheinlich. Gar nicht. Nettes Outfit übrigens. Anne. Oh nein, nein. Pepper, Anne. Komm, jetzt ziel doch mal bitte. Himmel, Arsch. So. Die halten möglicherweise doch nicht allzu viel aus. Headshot. So, du bist kaputt. War das noch jetzt? Alles klar. Ich habe keinen Bock auf so eine scheiß Escort-Mission. Muss jetzt nicht die ganze Zeit so gehen hier. Echt nicht. Okay. Kriegt neue Munition. Hervorragend. Jawohl. Nein, nicht die Shotgun. So. Ui. Das war dein Schritt. Sag mal, bist du eigentlich... Bist du das Wahnsinn? ...sinds? Hehehe. Zack. Scheiße. Ich brauche eine neue Waffe. Ich habe eine neue Waffe. Nicht nahrladen. Nicht das machen jetzt hier. Ich sehe doch nichts mehr. Okay. Alles klar. Ich lebe noch. Irgendwie. Fick dich, Alter. Meine Fresse. Geht schon gut los, auf jeden Fall die Aufnahme. Krass überfordert. Aber ist nicht schlimm. Oh nein, sind wir schon wieder mehr als einer. Nee, weißt du was? Fick dich. Ja, habe ich dich jetzt hier aufmerksam gemacht? Nein, halt nicht. Ich weiß, ich bin eigentlich echt mal überhaupt nicht für mich zu interessieren. Okay. Hui. Jetzt kommen sie alle angeschissen. Jetzt kommt ihr alle angeschissen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Spawn die endlos. Ich würde ja gerne, aber ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Munition. Komm, hilf uns. Wir brauchen dich doch. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Toll. Also, einfach unbesiegbar. Das ist garantiert gesquirtet. Toll, dafür habe ich meine Munition verballert. Fick dich. Wow. Shit. Also, Kong ist davon ganz und gar nicht begeistert, so wie es aussieht. Oh, yeah. Komm, ich will irgendwas zerstören. Lass mich bitte irgendwas zerstören. Okay. Geil. Wie mache ich das denn jetzt? So, ne? Ich grüße dich, du Sohn. Spuck Feuer. Oder so. Jungs. Das ist schon fett. Auf jeden Fall. Wo an der Wand hinlang zu laufen. Was sag ich? So ein bisschen hier Prince of Persia-like, ne? Jaus. Jaus. So gut ist auch von Ubisoft, klar. Wo muss ich jetzt hin? Nicht runterfallen! Ne, das war vollkommen in Ordnung. Okay, alles klar. Lauf, Schlampe, lauf. Ich möchte jetzt irgendwas hier töten. Aha. Ah, verdammt, ist er weggegangen. Heiß zum Greifen, okay. Und ich zum Flan. Alter, bleib doch mal hier, Junge. Oh, der mit Kong ist schon geil, doch. Hier fühlt man sich einfach übermächtig. Fick dich. Bisst euch. Nur, komm, geht weg, Paps. Ach, der war da oben. Was war denn jetzt hier mit Greifen? Das will ich jetzt gleich auch nochmal machen. Vielleicht macht der irgendwie so eine Powerbomb oder so. Ach, finde ich nett, dass du auf mich gewartet hast. Auf jeden Fall. Bombs. Okay, einfach nur komplett... Ich hab dich noch in der Hand. Wie geil ist das denn? Aber schön, schön. Ich hab mich einfach fallen lassen. Toll. Wie meine kleine Nichte. Ich hab auch mal was in der Hand, was dir Spaß macht, aber dann irgendwie sieht sie was anderes und vergisst das. Also ich sie ist gerade mal ein paar Monate alt, ne? Und dann lässt sie jetzt fallen. Dann ist sie traurig, dass die nicht mehr in der Hand hat. Und dann fängt es an zu weinen. Ach so, man kann sogar hier schlagen, okay. Bleib doch mal hier! Meine Fresse, ey. Das war's. Ich würd ja jetzt schon gerne töten, ne? Also vor allem mit so einem fetten hier. Nicht mit ner Scheißknarre, sondern mit purer Gewalt. What the f... Das war geplant, oder? Bongs. Ich dachte, die läuft dagegen. Schade. Darf ich jetzt kämpfen? Jawoll. Hallo! Das Firk und dann X und dann zu Ramm? Was ist los? Ach so. Ich hab's trotzdem nicht so ganz verstanden im Prinzip leider. Boah! Gums! Okay, drei Gliederhol drücken. Gut, wo das schon aktiviert. Don't wait! Komm her, du Son. Oh, was will ich hier? Hä? Fopp! Fopp! Alle zerstört! Oh, ich liebe dich, guck. Komm her, komm her. Zack! Puff! Puff! Du stehst weg! Kann ich hier jetzt schmeißen, irgendwie? Alter, wie viele kleine Pissviecher sind da denn hier? Zack! Ich würd dich gerne beschmeißen. Nee, mit deinem eigenen Kollegen. Wie war das? X und dann 4, ne? Scheiße. Ich hab das noch nicht so ganz raus. Bin ich ja ehrlich. So. Nicht tot, ne? Nein! Och, nö, komm. Also, bitte lass mich jetzt hier wenigstens am Kampf starten, okay? Okay, gut, ich glaub schon. Ich glaub, wir sind jetzt hier kurz vorm Nest hervorragend. Ja gut, das muss ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen checken. Ah, ist schon geil. Kongi, bongi. Donkey Kong! Oh, komm, stell dich so auf, Affe. Aber warum hält der auch nur zwei Schläge aus? Was ist das denn? Komm, hoch da! So, okay. Ha, 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 okay. Jetzt hab ich verstanden. Fierk und dann X und ich X und dann Fierk. Deswegen hat das auch nicht funktioniert. So, jetzt kommt ihr her, ihr kleinen Pissviecher. Fumms! Sack! Alle weg! Das ist hier echt Kanonenfutter, was die mir hier zur Verfügung stellen, diese kleinen Fledermäuskins. Gut, wenn ich jetzt hier mit dem Jack unterwegs wäre, klar, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich ein paar Mal tot. Job! Komm, mach einen schönen Job! Jawohl! Sehr gut, hat's gut gemacht. Aber das ist auch nur reines Buttonmashing. So, es hat nicht, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, dass es hier die übelste Tekken-Kampfsteuerung gibt oder sonst irgendwas. Na, komm her, komm her. Ja, hast du Bock? Hast du Bock auf mich? Pumms! Das tut weh, ne? Das tut weh! Komm, wenn hier muss so ein, ne? Ich weiß nicht, wie viel der Drum gut ist. Ich weiß es einfach nicht. Wahrscheinlich soll ich die N damit nachher wahrscheinlich rumtragen? Ist das nur so eine Vermutung? Ja, kommt her. Pumms! Nein, nicht da hin. Wenn die Kamera persönlich ist, ist sie gerade auch ein bisschen für den Schlumpf. Für, für den Korn. Ja, ne? Ja, ich würde gerne zum Gegner gucken. Ja, komm, komm ruhig her. Kein Problem. Pumms! Ich verpasse dir noch einen, du Pimmel! Was, Kreise oder ich drücke, um den Fall zu erledigen? Okay, 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 okay. Machen wir doch gerne. Reißet ab, reißet ab! Pumms! Pumms! Da war die Powerbomb. Mach nur gut, oh. Ich habe mich ja schon jetzt ein bisschen verliebt, da bin ich ja ehrlich. Komm! Ah, wer gewollt! Ah! Ich hätte mal einen Klassenkameraden, der sah sich endlich aus. Punkt. Keine weiteren Fragen. Ich stelle es mal, hier muss ich... Okay. Kreis, um den Forsten abzuheben. Nein, der Kong ist auch einfach nur eine missverstandene Kreatur, da muss man ja auch dazu sagen. Fuck! Scheiß auf Donkey Kong. King Kong ist ja wahre. Das ist ja wahre. Wo ist unser Mädel denn? Der ist ja auch ein Hübscher eigentlich. Wow! Wo kann es am Fall los? Oh nein! Das wäre nicht so cool. So, okay. Aha. Wie springe ich mit Fiek, ne? Hui! Jungs! Jungs! Ach du Scheiße, okay. Komm! Wir müssen uns beeilen! Hau ab! Ach so, kann man rennen. Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Und weg ist... Ja, da komme ich garantiert rüber. Ich wollte gerade sagen. Ja, okay. Wir machen erstmal... Ich bin so richtig bescheu. Also... Was fällt dir ein? Okay, dafür ist das greifend. Und wenn die an mir dranhängen. Alles klar. Ja, finde ich aber schön, dass sie auf mich wartet. Ja, wo bleibst du denn gekommen? Du musst auch mal so lange zum Schuh kaufen, ey. Ja, viel gut beschleunigt, ne? Ja, genau. Ja, das ist... Ja, das ist... Wow! Achso, das war so geplant. Okay. Ähm... Ja. Nun? Ich will dich jetzt verarschen, oder was? Oder muss ich einfach da lang laufen? Ah, alles klar. Okay. Ich darf sie nicht platt treten, ne? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Yeah, scheiße. Fuck you. Für mich selbst auch was Besonderes, weil... Es war damals mein allererster Spiel, was ich persönlich besessen habe. Äh, Playstation 2 Spiel. Das hatte ich nämlich lauerst in den Playstation 2 dazubekommen. Nee, das ist gar nicht wahr. Also eigentlich war Crash Zone назвicide nicht das erste Spiel, aber das war das erste, was ich hatte, als ich eine eigene Playstation hatte. Weil vorher hat nur mein Bruder einen besessen. Völlig unwichtige Information, aber... Ist ja egal, vielleicht interessiert es ja irgendjemand. So, okay, ihr scheiß Flittermäuse. Kommt ihr jetzt her, oder was? Wo hängt ihr denn dran? Ah, da hinten. Ha, ha, ha. Okay, okay, okay. Ja, wenigstens hab ich sie auf mich aufgeschlagen gemacht, den einen. Das ist gut. Ich brauch was zu werfen. Wo ist er denn jetzt hin? Hallo, kommst du mal bitte nochmal wieder? Nicht wieder dranhängen. Nein, tu's doch nicht. Kannst doch gerne abbauen, ne? Er ist tatsächlich so glug, okay. Ja, komm, dann balle ich dich einfach über den Haufen. Letztend davon. Okay, das war schon mal ein schöner Headshot. Headshot. Okay, in der Theorie. Scheiße. Ja gut, ansonsten kann ich die wahrscheinlich auch einfach damit ablenken. Hoffe ich mal zumindest. Wenn ich das jetzt da hinwerfe. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich riecht nicht das. Oder es ist noch zu weit weg. Hier so, da so. Ah, hervorragend, okay. Also hier kann man tatsächlich strategisch agieren. Das find ich gar nicht mal so schlecht. Nicht nur so ein Holzkopf sein, wie ich immer einer bin, ne? Lalalalalalalala. Okay. Hier gibt's noch mehr zum Ablenken. Und hier liegt noch irgendwas rum. Ah, da guck ich jetzt gar nicht. Ach, guck mal. Irgendein Kollege von uns, so wie's aussieht. Das scheint hier auch Aßfresser zu sein. Interessant, interessant. Äh, was ist das? Ach, das ist nur ein Pflanzenwimpel. Okay, die kommen auf mich zu. Big guy, white force! Äh, aber wo? Oh, fuck! Oh, den hab ich dann, den hab ich dann richtig schön in den Rachen geschmissen. Ich hatte grad einfach einen anderen im Blick. Alter, die Spannung, die ist direkt wieder da beim Spiel. Es ist erstaunlich! Alter, fick dich, Junge. Echt, fick dich hart. Okay. Also, die sind so schnell, ne? Das ist unglaublich. So, okay. Das heißt, hier ist jetzt, glaube ich, Ruhe im Puff. Okay. Aber hier war doch irgendwo noch so was Waffentechnisches. Weil ich würd gern einen Speer mitnehmen. Dadurch spar ich mir natürlich einen Schuss. Oh, okay. Es ist sehr eng hier. King Kong, bitte nicht vor uns. Ach, du Scheiße. Das ist ja doch echt völlig wahnsinnig geworden, ne?